Hallo Leute, hier ist mal wieder euer Tihelo, jetzt kurz mit der Handykamera, weil ich kurz ein kleines Gewinnspiel ankündigen möchte auf meinem Instagram-Account. Den Namen von meinem Account tue ich in die Beschreibung, und zwar heute Abend gegen 17 Uhr werde ich ein Bild bei Instagram posten, und derjenige, der den Code von dem Bild zuerst verwendet, der hat dann eben bei World of Tanks, bei der Plattform PC, also PC-Plattform, dann ein Panzer und sieben Tage Premium. Ja, ich zeige euch mal die Codes, ich habe insgesamt sechs von denen, einen habe ich schon einem Kumpel gesendet, also, die anderen beiden habe ich versteckt, weil, ja, die gehen noch an zwei anderen Kumpels, ja. Und einen Code davon werde ich jetzt, werde ich eben auf Instagram verlosen, weil, ja, und zwar gegen 17 Uhr werde ich das dann hochladen, den Post, und dann werde ich, ja, und der, der den Code eben als erstes verwendet, der hat dann eben Glück. Ja, dann viel Spaß mit dem Code um 17 Uhr, ich schreibe noch meinen Insta-Account in die Beschreibung, dann viel Glück.